Moaa Leute, da sind wir mit Entschrouded! Mit dem Machi Klopten. Warum? Wir suchen immer noch die Jägerin. Und wir holen uns halt Elixier-Ding hier in der Nähe. Wir suchen die Jägerin? Ach äh, Beuerin, sorry. Ist ja alles das gleiche. Oh, Level 9, easy. Ist das die richtige Richtung hier? Ja. Ja. Wenn du bei uns bist, ja. Kriegt man eigentlich mehr IP? Wenn man höheren Level gekennst hier? Äh, keine Ahnung, 64 jetzt auf jeden Fall. Wie viel haben wir für Level 7 da bekommen? Ich glaube für 80. 40, glaube ich, irgendwo irgendwas. Wenn ich mich nicht täusche. Oh, hier sind ein paar. Oh Gott, Digga. Ich will mich nicht heilen, du Bitch. Easy Jungs, easy. Wie? Ich hab auch immer Maler-Probleme. Ein Maler. Ich hab zwei mal so ein Feuer-Ding, Alter, und... Bin ich sehen, oder? Wollen wir den killen eigentlich? Ja. Ich bin da unten. War ja genauso gewollt. Sehr gut. Yo. Alter. Da ist aber einer fast gestorben. Vielleicht kann ich einen Sneak Attack machen. So, ein bisschen beeilen, ne? Jeff muss jetzt mal runterkommen, da ist er. Jeff. Bin da. Ich muss schnell das Ding finden killen. Oh, hier sind ein paar mehr. Kleinen Twitter ist schön weggemacht. Wo ist das? Da in der Mitte? Ja. Nee, nicht jeden. Hab's überhaupt einen Gegner? Nee, das eine Ding müssen wir killen. Achtung. Oder kaputt machen. Dieses rote... Bäumchen. Ich weiß schon was. Boah. Hier ist einer. Oh, oh. Oh, shit. Wo ist der Tank? Ich hab hier ein Nest ausge... Ja, schön. Du wärst mal mit den Gegner hier. Na ja, wo geht der denn jeden Tag? Will der mit dem Nesten fallen oder ist das nicht vorbei? Na, jetzt mal, jetzt mal. Ja, das ist dran. Nein, nein, da fehlt nix. Ist noch ein Gegner? Ja, hier ist noch ein Gegner. Hier ist ein... ...Gegner noch, ja. Direkt vor uns. Direkt vor uns. Hey. Wir haben nur noch 1,30, ne? Ja, um rauszukommen. Ich hab nur drei Minuten. Dann such das Ding und mach kaputt. Ja, wollen wir nicht lieber rausgehen jetzt nochmal? Wovor wir alle dumm sterben. Nein, wenn wir so tief drin sind, dann machen wir das Ding kaputt. Das ist doch da vorne. Das war ein fetter Bus. Ja, das war ja eine Überraschung. Nicht immer, aber. Wir hatten schon eine Folge, wo kein Bus war. Tank ihn weg, da. Oh, da war das Ding kaputt. Oh, okay, das ist doch ein paar Gegner. Das kann ich nicht blocken. Ja, das wird schön. Komm, Jungs. Hier muss einer hingran, links. Versuchen wir mal, das Ding kaputt zu locken. Ja. Aber neuesten Sekunden, oder? Ich glaube, wir sind alle noch 40. Hier ist ein Gegner, einer muss ja weg. Ich wahrscheinlich nicht. Boah, warte. Oh, fuck. Boah, es muss viel, ne? Okay. Bin da, Andi, alles gut? Natürlich, der dreht sich einfach rum und gibt mir... Das wird nicht klappen. Ich muss eigentlich nur hinter den... Ja, natürlich. Ich bin nicht. Nein. Ist gleich tot. Alter Schwede. Das war doch mal ein Fight. Jo. Wurzelstab... der Le... Äh, Schengengs. Le... Bitte. Le... Und ich habe einen Progenfilm, Bruder. Also an Tankfähigkeiten müssen wir nur üben und an Koordination generell. Ey, ich bin gestorben wegen dem Yasmor und nicht wegen dem Gegner. Ja, ich meine nur Tankfähigkeiten, nicht Tank auseinander. Du meinst, dass er, ähm... Ja. Aber ja, ich weiß... Leute daran zieht. Ja, ja, das ist... Aber ich habe noch nicht wirklich was in der nächsten Zeit gesehen, dass ich das kriegen würde. So, Jungs, wir können hoch. Ich habe aber immer irgendwie einen Kack... Bug. Ich habe die ganze Zeit den... Level 9. Vor mir. Im Bild. Echt? Ja. Ja, bei mir auch. Perfekt bei mir ist er auch. Energie leer, aber ist... Ja. Oh Gott, was war das denn? Nach dem Boss, oder was? Ja, ne. Wir sind auch leicht... Underleveled, ne? Nein, nein, sicher nicht. Wir können nicht underleveled sein. Oh Gott, der. Guck mal, wie wir die wegmachen, Junge. Underleveled, ich bitte dich. Ich bitte dich. Was war das? Böh. Was ist denn los? Alle stehen hier so um. Ich schenke dir was, deswegen. Hier mach, ich habe dir auch was geschenkt. Ne Ring. Und deine Eier. Und deine Eier. Na, ein guter Ring auf jeden Fall. Das ist der Live-Leach-Ring. Richtig eng. Was ist das für Andi? Find the Farmer. Warte mal. Sie kommen da hin. Dann kommen wir da hoch, oder? Ja, dann kommen wir da hoch, oder? Ja. Raus und dann die Bäuerin holen. Die Bäuerin. Sorry, aber ich will jetzt kurz hier. Einen wegstecken. Re-loggen. Weil das nervt. Mach es. Echt? Ignorier das einfach. Ne. Ne. In deinem Fall würde ich sie auch lieber ignorieren. Bevor sie wieder abstürzen. Wo hast du den Re-loggen da oben? Ne, mitten drin. Ich hab nur dabei. Ja. Gut. Ja. Aber ich bin in der Town wieder hinten sind. Okay. Ich dachte, ich spawn da einfach wieder. Ja. Wir können ja. Mach ich. Jo. Guck mal, wenn du gleich nicht mehr im ersten Mal bist, ob du so ein Ding bauen kannst. Versteht. Kannst du? Okay. Tschüss. Ja, ich hätte eins dabei noch extra für den Fall. Kannst du das nicht wieder abbauen. Einfach Fallfeld. Oh, ich würde zu lassen hier. Das andere können wir abbauen. Oder so. Wie weit. Alter, wie kommt man denn auch? Oh, du. Mach einfach schnell, Reise hierhin. Nein, Mann. Mach nur. Leute, die weit weg sind. Summoner. Oh. Hab ich den Ring hier gefunden. Die Bienen getriggert. Vielleicht wundert er sich wieder, dass die Bienen auf ihm drauf sind. Ja. Äh, ich hab keinen Dings genommen. Äh, ich hab einen legendären Ring mit 6% Lebensrober abzugeben. Hab ich nur geschenkt gerade, Junge. Ach so, dann hab ich schon zweimal. Was soll ich damit? Ja. Weiß ich doch nicht. Gib mir doch nicht mal einen Müll. Ja. Ja. Den zweimal. Weil der zweimal in irgendeiner Truhe lag. Ich hab den auch schon zweimal gehabt. Und das sind... So, du trägst den nicht zweimal. Doch, ich trag den zweimal. Wieso? Du stackt das nicht? Ja, vielleicht schon. Aber ich glaube, es gibt schon ein besseres für dich. Mit Leben generell. Ja, aber die Lebendinger waren ja nur grau und alles, was Brunnen so ist besser. Der ist einfach ein Tank-Leben, Alter. Verstehe nicht. Ja. Verstehe auch nicht. Der hält nichts aus. Oh, ich glaube, das wird kompliziert hier. Kann nicht sein. Sag mal so, wir hatten es schon gemacht und ich hab das trotzdem schon... Ach, das Ding. Ja, hier lagen wir ein paar Mal auf dem Boden auf jeden Fall. Ist so, ne? An einer Stelle. Da war was. An der einen oder anderen Stelle. Hat sich ein bisschen eingeprägt, ja. So, die letzte Tür oder so oben war dann ein Problem, glaube ich. Die letzte Türe. Lauft ihr rum und macht diese mittlere Tür frei oder was passiert hier gerade? Wir suchen einfach... Die Schalter musst du, glaube ich, hier finden. Ja. Cool, das heißt, kann ja auch hier warten, bis ihr die Schalter gefunden habt, ne? Genau. Uppala. Kann aber... Kann einen Moment dauern. Das war... Fast tot. Das Damage gemacht, ey. Ah, ich hab einen Schalter gefunden, Jungs. Keine Panik. Ah, die doch nicht. Das ist ein Schatze. Die ist eine Schatze. Hey. 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 Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Steht auf und tot. Warte, alles gut. Good time is. Das kann man sich direkt in der Rolle. Nach vorne oder hin? Nach hinten am besten. Nice, nice. Easy. Dann lauf du mal. Ich heile. Ich mach erstmal Jedeni auf. So, warte kurz. Ich mach nichts, ich bleib hier stehen. Das Ding macht sogar ein Zickzack-Ding, Alter. Ja. Guck einfach seitlich. Guck das an und dann geh so seitlich. Und langweilig. Aber... Muss ich's machen? Du musstest es nicht machen, oder? Du kannst zurückgehen und was anderes machen. Nö, ist Feierabend. Schon fertig. Jetzt auch einfach mal den Knopf früher drücken können. Das haben wir schon alle? Nö, nö. Das... Ah. Du brauchst jetzt dolly damit. Das war dafür, okay. Start. Ah, hab ich nicht mitgenommen. Ja. Geil. Jetzt schon den Knopf gefunden. Ich hab noch keinen gefunden. Habt ihr das schon frei gemacht? Die Tür? Vorder. Na? Also ich hab auf jeden Fall noch nix gemacht. Also ich hab hier irgendwie so sechs Elektroteile. Sechs Elektroteile? Also hier ist die Truhe schon gelootet. Bei Penner nicht antwortet, ist aber schon viel weiter. Wir sind irgendwo. Also ich hab keinen Schimmer, Mach Hebe, ich bin tatsächlich irgendwo nirgendwo... wo ich bin wieder unten ich glaube noch weiter ich finde gar nicht mehr den startpunkt weiter schlecht ich habe sehr wenig ausdauer deswegen ist sogar ich habe die flache der ding aktiviert jetzt oder habt ihr das auch schon das haben wir auch schon das ist auch nicht wahr sein geht links auch mit einer tun mit jener ecke war irgendwo ein haken nach oben waschen klingt für mich wie du machst der mensch und kriegst leben prozentual ja genau okay einer noch ok ich glaube jetzt warum war irgendwie location wo ist der haken das ist der tür das war ein ding glaube ich sollte wir mit dem bohren treffen müssen ja ich glaube ich weiß nicht mehr wo da wo ich gerade war das hier rüber glaube ich da da rüber und dann ist es hier geradeaus durch da rüber und dann rechts und da hoch und dann dann wird jetzt noch mal draus ich war halt hier unten auf euch jeff ich sehe dich er ist der jeff wie schön sagt irgendwo war was aber ich sehe es nicht von hier auch hier ist so ein schalter da ist eine geheimtür mach ja da richtig schlau da ist eine geheimtür da ist eine geheimtür hier weil ich krieg dir mal sachen mach ja da richtig schlau ich weiße muss auch mal sein alter alter was ist dann für ein ring ach so ist auch so ein ding der bringt mir gar nichts leider aber das heißt gar nichts aber aber doch nichts kann ich den verwerten ja ja das ganze zeug geben sie mir bitte das ganze zeug ich habe nur sachen verschenkt müsste jeder das haben was ihm gebührt ja alles zerlegt ja und die der gab ja auch zurück hat schon welche aber aber ist ja gut auch das zerlegt immer so geht ihr mit meinem geschenk ja wird fürstlich verwertet für das ich würde sagen es wird dunkel wir verziehen uns nach hause ja und da können wir die auch denn wir müssen ja noch die ran holen schreier ja also ab nach babotown du und dein holz wo die babos in the town sind erstmal sachen reparieren reparieren und und auf wer hey 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 ja essen gucken gerösteter scheiß kolben klingt lecker ähm ich habe noch was mache hier aber ich glaube es bringt ja auch nicht wahrscheinlich seine waffe die wir jetzt nicht besser naja ist wahrscheinlich auch wieder zwei hand äh ne aber die waffe war schon im halben kampf kaputt also ich würde wahrscheinlich so zwei waffen mitnehmen müssen weil ich auch nicht drauf geachtet habe ob die schneller kaputt geht wenn ich auf block drauf schlag oder sowas was ich mir vorstellen kann bitte bohren oder ist stufe 9 aber der ist nur ankommen ankommen nur hin ankommen eben dass die frage wohin ankommt so und die Dagger sind ticken besser als die ja dann muss ich die nehmen ah sie hat auch einen auftrag für uns ok marksman hud hudde wer ist ein hund man kann rangers set aber auch wir brauchen reptilienleder dafür ok das ist selber so gut aber krass äh ja wir haben neue rüstungen neue rüstungen bei der dingens gar nicht ah und mein reptilien marksman kann nicht sein klingt schon krass eigentlich aber ne weiß ich auch nicht ne glaube ich nicht ein knochenblock der gehört da glaube ich nicht rein sehr gut hunting die gute bett in der hunting die gute bett in der hunting eisbolzen scheißbolzen ja aber andy du kannst ja doch deine magie ausrüstung bauen oder vielleicht da brauchst du nicht viel für ein bisschen metal scraps string hier stoffen string ja und string und und knochenmeer 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 knochen haben wir ja auch genug können wir aus miasma sporen ne miasma seel irgendwann machen oder ja mann habe ich das schon vorhin gesagt ja das problem ist dass ich dir nicht zuhör weißt du doch ja dann pech gehabt zusammen mit liquid kannst du daraus so ein shroud core machen und schraub core liquide es weise fight und 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 doch der knüppel ist auch ein knüppel knüppel aus dem sack noch mehr wo kann ich das machen an dem an dem neben dem trocken von das hier von seidebacher seitebacher seitenmühle du bist falsch das ist wahrscheinlich gequatscht das war der bauer steht hier schon sehr aber hier fehlt doch noch einer warum steht ihr nicht hin in welchen muss noch einer der chemise bei rufen ja in der karte 10 links vorher bäuerin gibt ein job mann ein einzigen ein job jungs ich brauche nicht gemacht ein job habt ihr ein job garen brauche ich noch dort wetzen knochenmehl gar nicht noch mehr wir lassen ja hier mal die tür offen explosiv saatbeet haben boden blumen erde ich brauche da haben wir doch oder gibt mir gar du ich gerade irgendwo ist es das heißt schon mal ein hütchen erstellt zack es war schon hähnchen knochen warte was ist das denn stark und schutz ist genau was genau I don't need a potion Okay, dann nächstes, ich brauche noch vier Punkte, dann kriege ich hier Nemesis freigeschaltet, dann sollte ich von euch die Dings ein bisschen abziehen. Ach stimmt, dann gehen die auf dich drauf, ne, wenn die Akku haben. Herzlich, Hähnchen, Knorrmehl. Alter, was ist das denn? Schutzschild. Do you need a potion? I don't need a potion. You're welcome. Für das nächste, ich brauche noch vier Punkte, dann kriege ich hier Nemesis freigeschaltet, dann sollte ich von euch die Dings ein bisschen abziehen. Ach stimmt, dann gehen die auf dich drauf, ne, wenn die Akku haben. Endlich, hatte Mahida eine Funktion. Ich kann die Chris gar nicht hier annehmen. Weiter. Blünderer Mutterhelm, was ist das denn? Haben wir schon in der Küste? Haben wir. So, wollen wir uns da auf den Weg machen oder eher weniger? Ja, eher weniger, ne? Eher weniger. Eher weniger. Eher weniger. Ich will nur gerne hier kurz. Weil dann sind wir hier durch, alles gut? Zwei Atems kommen. Durch und durch. Also, ja. Mach ruhig. Hey, hey. Hey, hey. The world is its own magic. Aber, ne, doch. Ich gebe euch noch. Tschüss, wie viele Gnomebeute denn? Wie viel? Harz, wie viel hat er denn? Harz. Sein Harz. Wie viel brauchst du denn? Zwei. Ich habe noch. Was in der hohe Tasche? Split this deck. In der hohe Tasche hat er gesagt. Ja. Gib mir Harz. Ich gebe, da ist Harz. Hab ich schon. Jetzt habe ich dir Witz gegeben, Junge. Egal. Sonst habe ich über 100. Ne, ich habe vier und wir richtig nur. Vier gegeben, du hast gesagt, ich bin zwei. Willkommen. 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 Fascinating, nicht wahr? Primary Attributes. So. Hast du noch mehr Teilschrott? Ja. Schick mir mal Ober mit. Warte. Mal kurz gucken, ob ich da noch brauche. Zwei Stück für mich. Dexterity. Ich brauche noch Knochenmehl, Knochenmehl. Knochenmehl? Ich brauche noch ein Knochenmehl, Knochenmehl. Ich brauche noch ein Knochenmehl, Knochenmehl. Hast du schon. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Ich bin kein Harry Potter. Wie heißt er nochmal? Expecto Patronum. Ne, war doch gar nicht so falsch. Ich hab's doch wieder vergessen. Expectrum Patronum? Expecto. Was Spektrum? Especto. Wie gepackt der mit? So. Aber das passiert halt nicht. Alter. Wenn ich's richtig verstehe, hab ich jetzt... Du musst ja auch ranzen. Alchemie, 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 Alchemie. Alchemie. Und noch weniger Harz rumlegen. Bier? Ich hab Harz. Brauchst du? Mich gibt dir alles was ich hab. Du musst dich so anschleichen. Ja, ich seh's. Alter schieb mich nicht in den Zweier. Warte. Ich hör das Gefühl, ich hab was an meinem Rücken. Oh, so rum geht nicht. Aber echt, hä? Ja, jetzt kann ich bei denen schützen, aber vorne nicht. Und noch einer. Ah, jetzt geht's. Du brauchst mehr Anlauf anscheinend. Hey, auf dem Teppich ist's bequemer. Ich werd nur rumgeschubst in dem Spiel. Au, 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 au. Ähm. Oh, shit. Was will ich mit der Fellkapuze? Zeig dir, wie man das... Schöne Kapuze? Fellkapuze. Wer hat die mir gegeben? Ich. Hast du schon? Ich hab schon eine. Ähm. Hat die noch... Einer noch nicht? Also, ich hab alles an Klamotten für mich, ne? Also... Sag, hast du schon eine Fellrüstung? Ähm. Ich hab diese... Warte mal. Ja. Fur. Alles Fur. Gut, dass wir den Ring dreimal haben. Das soll ein Legendary sein. Und Bruder, du bist auch schon voll... Äh, auf Fellrüstung. Der ist richtig voll. Ich hab nur den Kaufschutz. Auf개를. Amcenter. Linen. Meinen. Full of. Aber, das war... Das war auf jeden Fall eine weitere Folge! Der ruhiger zu meilen. Schrauben! Oh, ja. Nein, noch richtig. Einmal fürs Zuschauen. Im nächsten Runde uns den Schreiner. Yo, we are! Tschüss.